Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. In diesem Video geht's wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's! So, Leute, wie gesagt, 10 Sachen habe ich rausgesucht. Alles ist relativ von günstigen Shops rausgesucht, weil ich finde, Leiden ist etwas, was man mehr im Sommer trägt. Dementsprechend finde ich, da allzu viel Geld ausgeben, ist meiner Meinung nach verkehrt. Und wir fangen einfach mal an mit Piece Nummer 1. So, Leute, Piece Nummer 1, wie ihr seht, ist ein Leidenhemd von H&M und die werden so leicht oversized getragen. Hat eine sehr, sehr coole Länge. Olive sowieso meiner Meinung nach eine der besten Farben dieses Sommer überhaupt. Sieht sehr, sehr nice aus, wenn man braun, irgendwie so ein bisschen bräunlich, ein bisschen Farbe bekommen hat, etc. Allerdings gibt es das Ganze auch noch in weiß. Hat so ein bisschen loose fit. Hier steht regular fit. Dementsprechend würde ich eure normale Größe empfehlen oder eine Größe größer, aber das müsst ihr selber entscheiden. Ich würde hier zum Beispiel, weil es ein regular fit ist, für mich die normale Größe geben, weil ansonsten wird es zu groß. Müsst ihr für euch selber entscheiden. So, dann habe ich Shorts. Und ihr seht hier auch immer, die Sachen sind dementsprechend auch in den verschiedenen Farben. Am Start blau, beige, etc. Und ich fand die Bermuda Shorts, die hier ist, sehr cool. Das sieht jetzt nicht so nice aus, finde ich persönlich, wie es gestylt ist. Also mir persönlich gefällt es nicht. Aber die hat einen Viskose-Anteil darin. Und es gibt Leinenhosen, die aus reinem Leinen sind. Die sind relativ ungemütlich, würde ich fast sagen. Und wenn ihr einen Viskose-Anteil drin habt, dann ist das Ganze so ein bisschen flexibel. Das macht das Ganze wirklich viel, viel angenehmer noch zu tragen. Und ich finde die echt cool. Und für 30 Euro, finde ich, ist das für eine Shorts auch noch in Ordnung. Es gibt Shorts, die gehen Richtung 50 Euro, etc. Da habe ich jetzt keine rausgesucht. Deswegen, ich finde so 30 Euro für eine Shorts auf jeden Fall noch fair. Die gibt es bei Zara. Ihr kennt das Ganze. Ihr findet alle Links wie immer unten in der Infobox. So, dann eine sehr, sehr coole Hose mit einem coolen Fit. Und zwar so einem Buntfalten-Fit. Ihr seht das hier, hier habt ihr so Buntfalten drauf. In verschiedenen Colorways. Und hier sind wirklich diese Main Colorways, die ich am Start habe. Auch wirklich alle verfügbar in dunkelblau, in khaki und in braun und natürlich in beige. Sieht sehr cool gestylt aus. Alle Sachen sind sehr Ton in Ton, beziehungsweise braun ist dann mit so Creme kombiniert. Mir persönlich, ich bin jetzt kein Fan von Polunda. Sieht bei manchen Leuten auf jeden Fall nice aus. Aber ja, ist eine coole Hose. Hat auf jeden Fall einen sehr, sehr niceen Schnitt. Kostet 45 Euro, gibt es bei Zara. Sehr nice. Vor allem, die ist so ein bisschen cropped, aber auch nicht zu cropped. Hat eine sehr coole Länge. Dazu wahrscheinlich hier oben noch so einen variablen Bund. Das macht das Ganze wirklich zu einer idealen Hose für den Sommer. So, dann habe ich etwas rausgesucht, was ich auch cool fand. Und zwar habe ich das bei Arket gesehen. Und zwar ist das ein Poloshirt auf einem Frotti, auf einer Frotti-Basis. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist Frotti? Frotti ist sowas ähnliches wie Handtuchmaterial. Und das finde ich, ist sehr ideal, wenn man rein theoretisch zum Strand geht oder vom Strand weg geht. Ist ein sehr, sehr geiler Stoff, muss ich sagen, sehr angenehm. Ist allerdings, weil es von Arket ist, auch finde ich nicht ganz so günstig. 59 Euro für so ein Polo-Hemd finde ich auf jeden Fall nicht so billig. Aber wie ihr seht, es gibt es in sehr coolen Colorways. In blau, in off-white, khaki, hellblau. Also, hat auf jeden Fall was, hat mir einfach gefallen. Dementsprechend habe ich es mit reingenommen. Ich habe sowas ähnliches, glaube ich, auch im Kleiderschrank. Und ich kann euch sagen, die Dinger sind auf jeden Fall am Meer, am Strand etc. Übelst nice. Dementsprechend checkt das gerne ab. So, dann kommen wir zu meinem All-Time-Favorite-Sommeranzug. Und zwar ist das der von Suitsupply. Ihr wisst das, ihr habt das mit Sicherheit in dem einen oder anderen Video schon mal mitbekommen. Ich bin ein Riesenfan von Suitsupply-Anzügen. Und das hier, den Anzug besitze ich selber. Und ich kann euch sagen, der Anzug ist wirklich 1,1a. Sehr geiler Colorway. Gerade jetzt für diese Hochzeits-Season, wenn ihr sowas sucht. Wirklich ideal für den Sommer. Sehr leicht, luftdurchlässig etc. Macht hier nichts mit verkehrt. Und ja, ist einfach ein mega Anzug. Wenn ihr sowas sucht, ist natürlich auch eine Hausnummer. 450 Euro. Allerdings kriegt ihr Sakko und Hose dabei. Ihr kriegt das Ganze auch günstiger bei ihr. Wenn ihr einfach mal bei Mango oder so reingucken wollt. Oder bei Zara. Da findet ihr auch solche ähnlichen Anzüge. Aber ich kann euch sagen, Suitsupply ist wirklich sein Geld wert. Ihr macht da nichts mit verkehrt. Und dementsprechend, das ist wirklich mein All-Time-Favorite-Sommeranzug überhaupt. Sehr, sehr nice. Dinge findet ihr bei Suitsupply. So, dann kommen wir zu Oversize-Hemden oder Oversize-Tee-Hemden-Jacken so gesehen. Und die sind auch aus 100%igen Leinen und die gibt es in zwei Colorways. Auch wieder sehr nice Colorways. Zwei in khaki und in dunkelblau und zwei bei Mango. Finde ich sehr nice. Wer sowas sucht, macht auf jeden Fall nichts verkehrt. Ideale Sommerjacke für den Abend, wenn es nicht ganz so warm ist. oder so ein bisschen luftig ist, wenn ein bisschen Wind pfeift. Dementsprechend sehr coole Jacke. Gerade auch, wie das hier gestylt ist, mit dieser weißen Jeans dazu. Finde ich, das ist immer ein sehr passender Sommerlook. Könnt ihr auf jeden Fall abchecken. Die gibt es auch bei Mango. So, dann habe ich eine sehr, also ich sage andauernd sehr, aber ich finde die Sachen wirklich sehr cool. Und dementsprechend bin ich auch einfach ehrlich. Und das ist auch mein normaler Sprachgebrauch. Das ist einfach eine Hose, die mir gut gefallen hat, die es bei Mango gibt, eine Leinenhose. Hier steht zwar Slimfit, aber ich würde euch da eure normale Größe empfehlen. Es gibt hier bei Mango oder bei Zara auch so einen Größenberater. Da könnt ihr eure Größe, euer Gewicht etc. eingeben und das Ganze wird euch dann vorgeschlagen. Die hat auf jeden Fall was, die Hose. Weil die hat einen relativ straighten Fit, nicht ganz so eng. Und ich finde das Leinen trägt man auch nicht so eng. Dementsprechend finde ich, sieht das sehr, sehr passend aus. Und ich finde auch gerade diese Schuhe dazu passen ideal. Ist ein sehr geiler Sommerlook. Würde ich mich auch selber sehen. Und auch die gibt es wieder in verschiedenen Colorways. In so einem Braun, Rostton, in Blau, in Cremefarben und halt in Kaki. Mir gefallen auf jeden Fall Cremefarben und Kaki auf jeden Fall am besten. Aber könnt ihr gerne selber abchecken. So, und dann habe ich noch passend zu dem Thema nochmal drei luftige Schuhe, Sandalen rausgesucht. Und zwar hier einmal so Riemensandalen. Die sind bei Zara gibt. Finde ich, haben mir gut gefallen. Und ihr macht bei Zara in solchen Sachen wirklich nichts verkehrt. Ihr bezahlt, finde ich persönlich, einen schmalen Euro. Und kriegt wirklich gute Schuhe, die wirklich auch mehrere Saisons ihr Geld wert sind und tragbar sind. Und die sehen auch nicht direkt runtergerockt aus. Ich habe selber welche und sehr, sehr nice Schuhe, kann ich euch jetzt sagen. Und die gehen so mehr so in die schickere Richtung. Bisschen lässig, aber nicht streetig. Finde ich ja auf jeden Fall ein passender Schuh. Dazu auch nochmal habe ich eine Römer-Sandale rausgesucht. Das ist die hier, die auch bei dem, die das Model hier trägt. Finde ich, wirkt sehr cool. Die gibt es bei Mango. Auch für 50 Euro. Durchaus vertretbar, weil es aus Leder ist. Und das sollte schon ein bisschen teurer sein. Weil Leder halt dementsprechend, finde ich, zu billig anzubieten. Ist auch ein bisschen respektlos. Und dementsprechend, ja, ist eine Leder-Sandale. Da habt ihr auch länger was von. So, und dann nochmal zu guter Letzt. Hier so eine, ja, Pantolette nennt sich das. Die habe ich selber. Und ich kann euch sagen, der Schuh ist übertrieben bequem. Allerdings, die Schnalle ist ein bisschen dicker. Da würde ich euch eventuell empfehlen, vielleicht eine Nummer größer zu nehmen. Einfach, damit das Ganze noch ein bisschen lockerer ist. Ich habe zum Beispiel meine Größe genommen. Und die sitzt, aber könnte noch ein bisschen lockerer sein. Aber ich kann euch sagen, der Schuh ist mega bequem. Und damit macht auch nichts verkehrt. Auch ein geiler Colorway. Und wenn ihr sowas zum Beispiel kombiniert, zu so einer lockeren Hose hier zum Beispiel. Das sieht natürlich, also meiner Meinung nach, übernice aus. Also gefällt mir wirklich extrem gut. Auch die Hose hier. Ich denke, ich werde mir die Tage nochmal bestellen, anschauen. Hat mir wirklich angetan. So, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wie gesagt, ich habe das Ganze mehr so in die Richtung Sommer, Urlaub etc. gehalten. Und ich finde, da macht man auch nichts verkehrt. Ich werde die Tage auch nochmal so 10 favorite pieces in Sachen Beachwear raussuchen. Ein paar coole Badeshorts etc. Accessoires, Sonnenbrillen, vielleicht Handtücher. Da kann man auf jeden Fall auch nichts verkehrt machen. Und dementsprechend, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ihr kennt das Ganze. Lasst gerne ein Abo da. Und ein Like würde ich mich mega drüber freuen. Und ihr würdet den Kanal unterstützen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Peace, Leute. Ciao.